Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Slender V-Arrival. Okay, ähm, ich glaube nicht, dass ich mich an das Level noch erinnern kann. Ich glaube wirklich nicht. Also er sagt mir gerade, warum hast du deine Taschen aber nicht an? Kollege. Licht! Da ist Licht, renn da hin, Junge, renn da hin! Licht, Licht, Licht! Oh, nice. Oh, nice. Er ist hell, Leute. Er ist hell, er ist dach. Alles schön. Die Frage ist jetzt, wo lang? Das ist eine gute Frage. Über den Berg vielleicht? Ja, und? Der Berg vielleicht war in einem anderen Sport. Er ist immer noch nicht übermelet. Der Berg vielleicht war auch nicht übermelet. Die Stimme... Die Stimme ist immer noch ein bisschen dick. Der Berg vielleicht war ja schon ein bisschen alles. Der Berg vielleicht war ja schon ein bisschen mehr da. charlie bist du es ich hab dich vermisst auch komm her lass dich knudeln dafür scheiß wo bin ich hier was mache ich hier nein warum warum bin ich hier warum bin ich denn jetzt am strand wo hätte ich jetzt gern verlegte lokomotive seit irgendwo einer seiner lokomotive verloren aber okay vielleicht brauchte die nicht blinkt da hinten mal was auf alle taschen glaube ich habe keine tasche da bringt auch was du das ja doch irgendwas geblieben war dass das was geblieben okay dann blickt es wieder ich glaube ich muss alle von diesen zügen einsammeln oder und was bekomme ich wenn ich alle habe kommt schon echt zug das wäre cool hört auf mich zu rufen da ist gut hier warum wird es dunkel warum wird es dunkel nein spiel ich hatte irgendwo geblieben alle hier hat es doch gerade geblieben alter wer ruft mich denn da die ganze zeit woher kennt ihr meinen namen warum ist da jetzt eine männerstimme bin ich charlie oder rufen die den tallye bären ja ich komme doch ja schilder euer leben ich bin doch ich kann mich nicht bewegen weil er hat auch hier um zu brüllen bin ich tot okay kein wunder dass das wäre mir flashbacks heißt ich denke da werden noch mehr flashbacks kommen ich muss noch irgendwas für flashbacks finden warum warum geht er denn jetzt hier rein draußen war doch so schön hell i want to die ja dann ich halte dich nicht auf oh noch mal elf outside i need to die before it catches me i am sorry for any part that is my fault everything is leaking out of the back of my head hands have teeth okay please tell no one i love them it's back now hide kate kate i've been doing some digging and came across an old plot of land that belonged to the mevison family a ways back charles was known that take his wife the ian and his son charlie to the old homestead for family picnics but i'm not charlie i never imagined what i would see there i think charlie may have been something something he was never mean to see enclosed is a recording of my findings and some documents i came across we're dealing with something dark here kate something i can't explain the date is september 19th my name is cr on site of the matheson family farm continuing my investigation and charlie's disappearance let's see what we can turn up oh okay oh god i should hold it rose we're going into we're going into the keller tonight for another game of hide and seek ... ... ... ... ... ... ... der ist so eine verschlögelte schrift fakes und ich konnte doch gar nicht lesen ok leute das spiel wollte nicht dass ich das lese ich hab's versucht ich will wieder raus ich muss irgendwo eine flashlight haben im auto vielleicht kann ich nicht einfach mit dem auto nach hause fahren hallo eine flashlight hat jemand eine charlie ok leute ich bin der grüß den ganzen körper was soll ich machen leute leute ok ich bin hab ich verwirrt wenn ich wenigstens und flächende im klo hier ist ein kamin Hilfe ich habe keine Ahnung wo ich bin was ich hier tue ich brauche eine taschenlampe irgendwo muss nur eine sein ich kann mir doch nicht erzählen weil ich keine habe äh ich will wieder gehen hier ist mir so unheimlich hätte ja klappen können ups was ich brauche eine taschenlampe muss ich in den keller weil da ja stand die die waren im keller aber wie komme ich in den keller kann ich nicht aus dem haus irgendwo hinten raus weil irgendwie habe ich das gefühl ich will da hinten mal hin aber ich kann nichts drücken also mir wurde gesagt ich kann zoomen dann weiß ich auf jeden fall doch aber ok ich habe das gefühl ich muss den irgendwie wegbewegen frage ist nur wie die kette ist hier nirgendwo ne ich bin vollkommen verwirrt leute die kette geht da hoch ja schön und gut aber irgendwo muss es ja was geben warum kann ich in dem spiel nicht springen ich habe keine ahnung ich bin mir hundertprozentig sicher dass ich das irgendwie wegbekommen muss da bin ich mir aber sowas von sicher ich weiß aber nicht wie wenn ich ja wenigstens wenn ich wenigstens was sehen könnte mit einer taschenlampe oder sowas aber wo 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 und 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 Ich muss da irgendwo eine Taschenlampe finden, Leute. Das können wir noch nicht erzählen. Ich glaube nicht mal, dass das Level wirklich schwer ist. Ich bin halt von der Wind gekommen. Ich bin super verwirrt. Aber wirklich sehr verwirrt. Ah, Entschuldigung. Oh Gott. So war ich geplant, ey. Scheiße. Egal. Kann ich einfach, scheinbar vom Auto raus robben. Ey, jetzt mal ohne Mist. Wenn ich doch nur eine Taschenlampe hätte. Irgendwo. Muss es doch so eine Art Ventil oder sowas geben. Irgendwo. Damit man das wegziehen kann. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Das ist eine Treppe. Das ist eine Treppe. Wow. Na herzlichen Glückwunsch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich habe es aber auch einfach nicht gesehen. Da ist es. Ja, war klar. War klar, dass es nicht anders geht. Aber ich habe es einfach nicht gesehen, dass da eine Treppe ist. Hätten die mir mal eine Flashlight gegeben. So. Ich gehe erstmal in das kleine Haus hier. Oder auch nicht. Weil ich glaube, hier geht es weiter. Kann ich denn überhaupt in das hier rein? Sieht nicht so aus, ne? What can we starten? Okay. Okay. Ich höre hier Geräusche. Ich will da nicht rein. The generator is out of fuel. Oh, muss ich jetzt auch noch... Ach, scheiße. Da muss ich mal Büsche. Öl oder Benzin finden hier. Und das ist doch bestimmt in der Mühle. Oder auch nicht, weil ich nicht zur Mühle komme. Warum ist das Gras hier so hoch? Doch, ich komme zur Mühle. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Geile ist, gerade als ich um die Ecke gegangen bin, hat bei mir im Zimmer irgendwas geknackst. Und ich bin voll zusammengezogen. Das habe ich gehört. Hi. Hi. Oh, die Person ist weg. Ich habe mir schon die Augen zugehalten. Das ist der Keller, wo die Hide and Seed gespielt haben. Ich bin wieder draußen. Ich muss hier bestimmt nicht raus. Hier ist doch schon das Fuel irgendwo. Da wette ich doch. Licht. Jetzt bin ich ja schon wieder draußen. Ist das Fuel vielleicht nicht da drin? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich noch mal ein Scharhaus gesehen. So ein Hochsitz. Da ist ein Friedhof. das ist eine lange Folge Leute ich kann das jetzt nämlich nicht einfach so aufhören weil es speichert ja nur an bestimmten Stellen oder das heißt ich muss das schaffen damit wieder abspeichert oh Gott ich mache entweder Fuel oder den Schlüssel eins von beiden boah ohne den Generator sehe ich da gar nichts das ist ein Baumhaus kein hochsitz vielleicht haben wir da ja irgendwas drin Leute tut mir leid dass ich hier gerade am rumsuchen bin aber ich kenne es nicht ich habe keine Ahnung wo das alles ist ich wollte auch gar nicht die Fläche davon ich komme nicht zum Baumhaus ach so wir haben die 10.000 Schritte bin ich jetzt gegangen ja super da erweckt Freude in mir ich meine danke für die Trophäe aber das ist jetzt gerade nicht so die positivste ohne Mist ich habe so hart das Gefühl dass in diesem Scheißkeller da hinten irgendwas ist und ich muss das finden irgendwas ist in diesem Scheißkeller ob der Schlüssel auf Fuel irgendwas ist da das könnt ihr mir anders nicht erzählen warum sollte man dann sonst da reingehen da würde kein Arsch reingehen nie im Leben nie im Leben würde da einer reingehen ohne dass da was ist kann ich vergessen nur ich laufe irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis ich hasse den Keller ich hasse ihn scheiße dann mal los so irgendwas muss hier drin sein da scheiße ich habe jetzt gehört das wäre das Fuel das sah jetzt aus wie ein Kanister jetzt konnte ich das nicht lesen es ist nicht euer ernst es ist nicht euer ernst hört doch bitte auf mit der Scheiße ja ich habe den Kanister ich habe den Kanister boah ey wisst ihr warum ich immer in diese Person rein renne ohne Mist ich wende mein Gesicht ab es wird dunkel ich wende mein Gesicht ab und laufe dann straighter durch wirklich anders mache ich das nicht ich gucke da nicht hin können die vergessen alter aber ich habe mein Fuel und da muss jetzt der Schlüssel drin sein oh nein das Geräusche alter das Geräusche hört doch auf hört doch bitte einfach auf da komme ich gar nicht hin doch darf ich da hochklettern sieht nicht so aus ist das dann nur Deko oder was da ist ein Foto ah da ist der Schlüssel da ist der das Schlimme ist ich muss ja jetzt nochmal durch und ich wette jetzt haben die da irgendwas eingebaut ich wette es jetzt bei dem Rückweg haben die irgendwas da drin eingebaut oh noch ein Bild komm ich weiß ihr wollt es mir ins Gesicht geben ok aber es ist jetzt komplett dunkel mein Magen rastet gerade ein bisschen aus ich habe aber noch nichts gegessen so jetzt muss ich zum Friedhof hört sich verlochend an warum kommt jetzt so ne Musik warum warum es ist es ist es ist dass Oh Gott. Alter. Alter. Warum kann ich da hoch, wenn da nichts ist? Hier ist doch nichts. Warum kann ich da hin? Hier muss doch irgendwas sein. Ich kann hier nichts mehr machen. Die Tür ist abgeschlossen und die Tür ist abgeschlossen. Ja, schön. Und jetzt? Oh, das Slendermel läuft auf einmal hier rum. Ich verstehe gerade nichts mehr. Irgendwas muss ich da machen können. Da liegen die Spielsachen. Hilfe! Wo kam das her? Wo kam das Vieh her? Wo starte ich denn jetzt wieder? Okay. Okay. Slender. Hi. Okay. 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 Moment. 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 Renn. 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 Wohin? 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 Irgendwo hin. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Ich kann euch nicht lesen. Tut mir leid. Warum bin ich denn jetzt hier? Was soll ich denn hier machen? Gibt's. Keinen Durchgang. Ey, ich geh ganz bestimmt nicht nochmal zurück. Da ist der Luke. Da ist der Luke. Mein Herz. Lauf, lauf, lauf. Ich. Mann. Nein. Junge. Wie. Oh Gott. Alter. Natürlich kommt die da direkt aus der Tür raus. Ey. Scheiße. Okay, Leute. Okay. Leute. Wir legen schon mal das Poster ein. Okay. Weil da dürfte es nämlich jetzt glaube ich ein Save geben. So, dann weinen wir. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Natürlich. Da freue ich mich ja jetzt schon richtig drauf, Leute. Oh Gott. Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Ich muss bis dahin erstmal irgendwo in eine Kuh. Und wir sehen uns dann wieder. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.